Acht, neun, zehn. Achtung, ich komme. Ich hab dich gefunden. Caillou wusste, dass seine Mami ihm immer einen Kuss auf die Stelle gab, an der er sich wehgetan hatte, damit er sich besser fühlte. Vielleicht geht's dir besser, Rosi. Ich bin die Mami und du bist das Baby, Rosi. Caillou hatte ein tolles Haus für sich und Rosi gebaut, aber Rosi wurde langsam müde. Ich glaube, da braucht jemand seinen Mittagsschlaf. Warte, Papi! Caillou langweilte sich. Ich wünschte, es wäre windig. Wenn man wissen will, ob Wind aufkommt, dann muss man die Wolken beobachten. Siehst du, die bewegen sich nicht da oben. Mami, sieh mal, da ist ein Dinosaurier am Himmel. Oh nein, er kommt und will uns fressen. Caillou, sieh mal die da. Diese Wolke sieht wie eine riesige Eisbombe aus. Oh ja, die will ich essen. Guck mal. Caillou machte es so großen Spaß, die Wolken zu beobachten, dass er seinen Drachen völlig vergessen hatte. Da oben ist ein riesiger Baum. Sieh mal. Und da ist ein Zug. Caillou, Caillou. Los, fang ihn, Rosi. Caillou, Caillou. Mami, schubs mich bitte auch an. Jetzt kann ich gleich den Himmel anfassen. Wow. Die Wolken sehen alle aus wie Schaum in einer großen Badewanne. Oh, jetzt wird es auf einmal windig. Sieh dir nur mal den Himmel an. Die Wolken werden weggeblasen. Auf Wiedersehen, Wolken. Wiedersehen. Caillou, ich glaube, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt für... Für meinen Drachen. Wo ist denn mein Drachen geblieben? Hey, bleib hier. Hör ich dich. Pass auf, Mami. Mami. Dieser Wind ist genau richtig, um den Drachen steigen zu lassen. Pass auf, ich bin sicher, jetzt wird es klappen. Fertig. Ah, schaut, er fliegt. Ich will, dass er die Wolken berührt. Mir den Schnee so gern aufheben. Na ja, wenn du willst, dass er gefroren bleibt, dann musst du ihn ins Tiefkühlfach tun. Caillou war von dieser tollen Idee begeistert. Da ist gar kein Platz mehr. Ich weiß wo. Caillou wusste einen prima Platz, um seinen Schnee aufzuheben. Die Badewanne. Badewanne. Wir müssen noch mehr holen. Caillou und Sarah brachten einen Eimer nach dem anderen voll Schnee nach oben, bis die Badewanne voll war. Jetzt hatte Caillou seinen eigenen Schnee. Und was willst du jetzt damit machen? Einen Schneemann. Meine Hände sind so kalt. Meine auch. Wir brauchen Handschuhe. So. Jetzt braucht er noch Augen und eine Nase. Hallo Kinder. Sarah, deine Mutter hat angerufen. Du sollst zum Essen kommen. Ja, gut. Wiedersehen, Caillou. Und viel Spaß mit dem Schnee. Schnee? Kann ich eine Karotte haben, Mami? Nimm sie dir, mein Hase. Das Essen wird noch eine Weile dauern. Caillou fand, dass sein Schneemann absolut perfekt aussah. Caillou, Hände waschen. Das Essen ist gleich fertig. Nach dem Mittagessen half Caillou seinem Papi beim Wagen waschen. Dann half er seine Mami, das Abendbrot zu machen. Und bevor Caillou ins Bett gehen wollte, da sah er die Bescherung. Hey, wo ist denn mein schöner Schneemann geblieben? Caillou entschied, dass er als erster sucht. Er hatte schließlich die Taschenlampe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Caillou fand es aufregend, mit seinen neuen Freunden zu spielen. Aber als er sah, wie Schatten anfingen durch den Garten zu kriechen, wurde ihm etwas mulmig zumute. Bis ihm einfiel, er hatte ja die Taschenlampe. Eins, zwei, drei, ich komme! Hey, ihr beiden. Ihr versteckt euch an einem Platz, wo Caillou euch niemals suchen wird. Während die Mutter den Zwillingen erklärte, dass sie fair spielen müssen und sich draußen zu verstecken haben, hörte Caillou irgendetwas hinter einem Busch. Allmählich gruselte sich Caillou aber wirklich. Er leuchtete den ganzen Garten noch einmal ab. Aber je dichter die Schatten wurden, umso fremder erschien ihm die ganze Umgebung. Ich glaube, ich habe keine Lust mehr zu spielen. Tut mir leid, Caillou. Ich wollte dich nicht erschrecken. Mami, ist Caillou ein großer Angsthase? Nein, natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Es war ziemlich tapfer, hier draußen ganz allein zu sein. Es ist gruselig hier draußen. Als Caillous Mutter das Gartenlicht eingeschaltet hatte, waren alle Gespensterschatten verschwunden. Sie konnten sogar noch eine ganze Weile spielen. Und dieses Mal musste Mami suchen. Hier drin wird mich niemand finden. Kann ich mich auch hier verstecken? Ja, klar. Bist du Jason? Nein, ich bin Jason. Schnell, komm rein. Brauche ich meine Malstifte dazu? Nein, sieh mal. Du malst mit diesem Ding hier. Man nennt es eine Maus. Eine Maus? Sieh mal, Gilbert. Piep, 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 piep. Caillou fand es toll, mit dem Computer zu malen. Aber zuerst war es etwas schwierig, mit dieser Maus zu zeichnen. Ha, 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 ha. Gilbert will die Maus haben. Piep, 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 piep. Ich werde dir diese Zeichnung jetzt ausdrucken, dann kannst du sie anmalen. Und nachher spielen wir weiter. Caillou war enttäuscht. Er wollte schon gern mit dem Computer spielen, aber er fand, dass es viel leichter war, mit seinen Malstiften zu malen. Nein, Gilbert, runter mit dir Schatz, wo sind Roses Windeln? Caillou wollte noch einen Dinosaurier ausdrucken lassen, um ihn anzumalen Er hatte gesehen, wie seine Mami eine Taste gedrückt hat und er dachte sich, das könnte er auch Oh oh Caillou, was ist passiert? Ich wollte noch eine Dinosaurier-Zeichnung haben Jetzt habe ich den Computer kaputt gemacht, Mami Nein, du hast ihn nicht kaputt gemacht, sieh doch Aber ab jetzt solltest du lieber warten, bis ich oder Papa da sind, bevor du an den Computer rangehst Caillou war sehr erleichtert, dass er den Computer nicht kaputt gemacht hatte Und er fand, dass es fast noch mehr Spaß machte, mit dem Computer Karton zu spielen, als mit dem Computer selbst Dann bramen wir den Katzenberg Hui Das war aber eine ordentliche Bruchlandung, was? Kommt ihr beiden, das Essen ist fertig Gute Nacht, Mami Kann ich morgen mit dir zusammen an dem Computer spielen? Aber natürlich, Caillou Ich glaube, Gilbert hat Angst vor der Maus, Mami Das ist ja auch kein Wunder, er ist ein Angsthase Das Extra-Spezial-Sandwich Caillou half seiner Mutter dabei, ein Picknick vorzubereiten Mmmh, lecker Sie wollten nämlich heute mit Clementine und ihrer Mami ein Picknick veranstalten Ich glaube, jetzt haben wir genug Sellerie, Caillou Hast du Lust, die Fruchttörtchen zu dekorieren? Ja, gern, Mami Guck mal, Mami Ich mache das hier besonders schön für Clementine Ich mache ein Gesicht Caillou Du verdirbst dir deinen Appetit, wenn du so viel naschst Nein, tu ich nicht Ups Gilbert Jetzt ist aber wirklich Schluss, Caillou Sonst hast du keinen Hunger mehr, wenn wir picknicken Clementine, guck mal Ich habe das Picknick mit meiner Mami gemacht Hallo, Caillou Ich habe das Picknick auch mit meiner Mami gemacht Hier, Caillou Ich habe dir ganz alleine ein Extra-Spezial-Sandwich gemacht Mami, Caillou mag mein Extra-Spezial-Sandwich nicht Und warum magst du es nicht, Caillou? Weil ich keinen großen Hunger habe Ich habe einen Vorschlag Wollt ihr beide erst einmal ein Weilchen spielen? Ihr könnt dann später essen Okay Wollen wir beide Verstecken spielen? Nein, spielen wir lieber Fangen Oh ja, du bist dran Während Caillou und Clementine Fangen spielten, dachten sie gar nicht mehr an ihr Picknick Jetzt komme ich und fange dich Hallo, Mr. Hinkel Caillou mochte Mr. Hinkel sehr gern Und plötzlich kam ihm die Idee, dass Mr. Hinkel bestimmt ein toller Babysitter wäre Wollen Sie mein Babysitter sein, Mr. Hinkel? Ich? Dein Babysitter? Wirklich? Mama, Papa, Mr. Hinkel passt auf uns auf Caillou Tut mir leid, Mr. Hinkel Ich wollte wirklich nicht, dass Caillou sie bittet auf... Ach, kein Problem, das mache ich gern Schneller, Pärtchen, schneller Wollt ihr was essen, Kinder? Können Sie uns einen Kuchen backen, Mr. Hinkel? Das letzte Mal, als Caillou Mr. Hinkel besucht hatte, hatte der einen Kuchen gebacken Und Caillou wollte zu gern, dass Mr. Hinkel wieder einen seiner leckeren Kuchen backt Dann hat ihr mein Kuchen wohl sehr gut geschmeckt, Caillou Aber da ich mich in eurer Küche nicht auskenne, müsst ihr mir ein bisschen helfen, okay? Sie können Mamas Schürze tragen, damit sie sich nicht schmutzig machen Hm, wir brauchen drei Eier Bringst du mir die bitte, Caillou? Jetzt brauchen wir noch Butter Sehr gut, weißt du, wo deine Mutter Schüsseln und Backformen aufbewahrt? Ich geh schon Mrs. Martin Hallo, Caillou Ich hab gehört, deine Mutter sucht jemanden, der heute auf euch aufpasst Mr. Hinkel und ich backen einen Kuchen Hallo, Mr. Hinkel, ich würde gern helfen Was soll ich machen? Sehr gut, Caillou Und jetzt müssen wir noch das Allerwichtigste reintun Wann kommt denn Opi endlich? Er wird bald da sein, Caillou Caillou war schon ganz ungeduldig, weil sein Opa immer noch nicht da war Denn heute wollten Caillou, Papi und Opa zusammen im Wald spazieren gehen Opi ist da! Hallo, Caillou Hallo, Opi Na, bist du bereit für unsere Wanderung? Papi Opi ist endlich da! Hallo, Paps Möchtest du noch einen Kaffee, bevor wir gehen? Komm jetzt! Ich glaube, dafür ist keine Zeit Sieht aus, als kann es jemand nicht erwarten, bis es losgeht Caillou konnte es noch nicht wissen Aber heute sollte es eine ganz besondere Wanderung durch den Wald werden Komm weiter, Caillou Als dein Vater noch ein kleiner Junge war, da sind wir jeden Herbst im Wald spazieren gegangen Und zwar immer kurz bevor alle Blätter gefallen waren Dann machten wir immer ein kleines Spiel zusammen Was für ein Spiel? Dein Vater und ich versuchten ein fallendes Blatt zu fangen, bevor es den Boden berührte Warum? Das ist Familientradition, Caillou Was ist denn das? Das ist etwas, was du Jahr für Jahr mit deiner Familie machst Also willst du es auch mal versuchen? Pass auf, ich zeig's dir Ich bin dran Caillou fand, dass das Blätterfangen ein tolles Spiel war Und er guckte in die Bäume, wann wieder ein Blatt fallen würde Pass auf, da Caillou Guter Versuch Du musst deswegen nicht gleich enttäuscht sein Auf unserem Spaziergang kannst du es noch oft genug versuchen Papi, mein Stiefel steckt fest Caillou wusste genau, das konnte nur sein Brief sein Rosi, gib ihn her Was steht da drin? Das ist eine Einladung zu Xelvias Geburtstagsfeier Wobei es keine normale Feier ist, sondern eine mexikanische Fiesta Was ist das auf der Karte? Das ist eine Piñata Was ist eine Piñata? Tja, das ist eine Art Spiel In dieser Figur sind Überraschungen drin Und was für Überraschungen sind das? Wenn's Mama dir verraten würde, dann wär's ja keine Überraschung mehr Das ist auf jeden Fall eine tolle Überraschung Erzähl's mir doch, Mami Es wird dir viel mehr Spaß machen, es selbst herauszufinden, wenn du bei der Feier bist Wir müssen was zu trinken haben Ich hab so einen Durst Und ich hab so einen Hunger Nee! So, meine Herrschaften, die Piñata wartet auf euch In der Piñata ist eine riesige Überraschung drin Was für eine Überraschung? Pass auf, wenn du die Piñata mit diesem Stock an der richtigen Stelle triffst Dann zerbricht sie Und du wirst schon sehen, was drin ist Caillou wusste jetzt natürlich nicht mehr, wo die Piñata hing Aber er fand dieses Spiel toll Als Nächste war Clementine an der Reihe Dann durfte Xavier es versuchen Das fängt ja an, richtig spannend zu werden Normalerweise wäre die Piñata längst zerbrochen Ich kann es schaffen Los, Masha! Los, du schaffst es! Zuerst konnte Caillou die Überraschung nur hören Aber dann konnte er sie auch sehen Die Piñata war zum Klotzen gefüllt mit Bonbons Juhu! So, und jetzt werden wir dem Fleck zu Leibe rücken Ich will das machen Er ist immer noch da Das tut mir leid, Caillou Ich habe alles Mögliche versucht Aber der Fleck geht einfach nicht raus Caillou war traurig Jetzt, wo sein neues T-Shirt einen Fleck hatte Wollte er es nicht mehr tragen Ich will nie wieder Saft trinken Nein, das kommt in die Recycling-Tonne Ich habe eine Idee Wir könnten mit deinem T-Shirt etwas machen Sodass man es wiederverwenden kann Wir brauchen nur noch mehr Flecken hinzuzufügen Mehr? Caillou hatte keine Ahnung, was seine Großmutter meinte So, und die Schleife ganz fest binden Und dann bekommen wir ein schönes Muster Du wirst sehen Was? Ein schönes Muster? Aha, gib mir das T-Shirt Und jetzt muss es mit dem Traubensaft gefärbt werden Willst du das vielleicht machen? Haha, okay Wenn es trocken ist, kannst du es wieder anziehen Und dann kannst du deine Mami mit einem ganz besonderen T-Shirt überraschen Ich finde, das sieht aber gar nicht besonders aus Caillou fand, dass sein T-Shirt sehr merkwürdig aussah Und er wünschte sich sein altes T-Shirt zurück Caillou, Mami ist hier Da bin ich Caillou, dein T-Shirt Ich hab's erst drauf geschüttet Deshalb haben Omi und ich es wieder recycelt Jetzt ist es was ganz Besonderes Das kann man wohl sagen So ein ausgefallenes Muster habe ich ja noch nie gesehen Das ist ein einmaliges T-Shirt Du bist der einzige auf der Welt, der sowas hat Caillou fand auch, dass sein T-Shirt jetzt viel besser aussah Deshalb wollte er schnell nach Hause, um es Rosie und seinem Papi zu zeigen Ich habe ja noch nicht gesehen, ich habe ja noch nie gesehen, wie ich es schon mal gesehen Untertitelung des ZDF, 2020